Schon zum vierten Mal können die Freiburger Bürger mitbestimmen, wofür die Stadt wie viel Geld ausgibt. Gestern wurde die Finanzierung für die Jahre 2015 und 2016 in den Gemeinderat eingebracht. Unter www.freiburg.de slash Beteiligungshaushalt können ab sofort alle Freiburger online mitdiskutieren, Vorschläge machen und bewerten. Die Internetplattform wurde komplett überarbeitet, dort sind alle Posten des Freiburger Haushalts aufgeführt. Geöffnet ist die Plattform bis zum Ende der Haushaltsberatungen im März 2015.